Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Starke Frauen von und mit Katrin Jakob. Und Kim Trommelwirbel-Seidler. Ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten. Ich wollte ja auch mal im Boxring arbeiten, wo wir schon beim Schraub sind. Nein, nein, das ist ein kleiner Witz. Ich habe mich gefreut, weil ich war doch früher, ich habe ja früher geboxt. War auch immer ein sehr, ja, ich habe während der Schauspielausbildung mussten wir boxen. Und ich fand das so geil, dass ich tatsächlich viermal die Woche trainiert habe. Und warum stellen die kleine Boxerin mal vor? Das finde ich. Stimmt, ne? Ich würde gerne Regina Halmich mal vorstellen. Ja, guck mal, haben wir doch direkt aus uns heraus einen Vorschlag generiert. Genau. Bevor wir starten, natürlich der obligatorische Hinweis. Ihr kennt das alle da draußen. Und bevor wir auf Record gedrückt haben, hatte ich mit Kim eine kurze Diskussion, weil sie sagt, oh, ich bin wieder so schlecht vorbereitet. Und dann sagt sie, nein, das erzählen wir nicht. Und jetzt erzählen wir es doch. Weil wir haben ja auch von Lore in der Sonderfolge, falls ihr sie gehört habt, falls ihr sie nicht gehört habt, bitte nochmal reinhören. Das war unsere, genau, unser Interview mit Lore Maria Pesche. Gute Zeit. Genau, danke. Hat sie uns nochmal gesagt, dass Frauen sofort in die Defensive gehen und sagen, nein, ich kann das gar nicht so gut. Und dann habe ich mit dir... Oder sich entschuldigen. Gestern, ich musste auch so daran denken, weil gestern beim Robert-Koch-Institut, die machen ja immer diese Presseversammlung und sagen dann, was ist der Status quo? Und dann wurde halt auch gesagt, ja, wir stellen das jetzt ein, wo sich mehrere... Die Pressekonferenzen für die Öffentlichkeit werden jetzt erstmal nicht stattfinden. Genau. Und die Journalisten fanden das total blöd und pekierlich. Und das Witzige war, es gab halt Technikprobleme. Das heißt, manche Journalisten wurden nicht gehört. Und dann irgendwann kam mal vereinzelt mal wieder eine Frau. Und die entschuldigte sich sofort. Das war das allererste, was sie gemacht hat. Dabei waren die Technikprobleme ja nicht auf ihrer Seite oder durch sie entstanden, sondern es gab allgemein technische Probleme. Aber sie entschuldigte sich. Während die anderen Journalisten männlichen Ursprungs sich nicht entschuldigt hatten. Und das war auch schon... Mittlerweile umoperiert zur Frau. Nein. Apropos Shailo, da habe ich mir auch gerade einen Artikel durchgelesen. Ist ja auch total in der Kritik, die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt, die sich ja mit 13 jetzt oder auch schon die ganze Zeit immer dazu entschieden hat, ein Junge sein zu wollen und jetzt mit Hormontherapie sich umändert. Was ja auch hart in der Kritik ist, weil man ja sagt, eigentlich sollen die Leute ja ausgewachsen sein, um dann halt wirklich diese krasse Entscheidung zu fällen. Weil in der Pubertät passiert ja immer noch sehr viel und die Hormone und hast du nicht gesehen. Ja. Naja. Jetzt kommen wir aber auch vom Hölzchen zum Stöckchen. Ja, genau. Frau, wir haben schon drei Minuten gesprochen und noch nicht wirklich was über die Frau erfahren, die du jetzt... Achso, genau. Der obligatorische Hinweis, den bin ich ja immer noch schuldig. Wir recherchieren so gut es geht. Wir möchten auch uns verstärkt oder eigentlich mehr, so kam auch von außen immer der Wunsch, mal über das Thema an sich unterhalten und eine Frau zum Anlass nehmen. Und das eignet sich heute ganz gut, weil das ist ein sehr kontroverses Thema, nämlich Frauenfußball. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Und genau, wenn da mal die ein oder andere Geschichte nicht ganz der Wahrheit entspricht, dann bitten wir das erstens zu entschuldigen und zweitens euch einzuladen, uns das zu schreiben. Konstruktivität ist immer gern genommen. Und dann werden wir das auch gerne richtigstellen oder, ja. Ich hatte letztes Mal die Sophie Scholl angeteasert, der einen Vorschlag von Marcel Kloos. Und lieber Marcel, ich möchte mich dann doch mal wieder feminin dafür entschuldigen, dass ich das falsch angeteasert habe, weil ich habe nämlich jetzt Arne Trabant-Harbach vorbereitet. Das war ein Wunsch von Emilia Gatzke über Instagram. Und das hatte mich irgendwie so in den Bann gezogen, dass ich darüber hinaus die Sophie Scholl einfach vergessen habe. Ist aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Wir werden sie definitiv noch besprechen. Super. Kim, wer ist oder war Arne Trabant-Harbach? Das ist aber auch wirklich nur ein kleiner Zungenbrecher. Sie lebt noch oder ist sie schon verstorben? Nee, sie lebt noch, nach meinem Wissen. Sie ist am 1. Januar, an meinem Geburtstag, allerdings 1949 als Anne H. Bach geboren worden. Und ist eine ehemalige deutsche... Ein Steinbock. Genau, ein Steinbock. Was hast du gemeint? Und genau, ist eine ehemalige deutsche Fußballspielerin und Trainerin. Und ja, es ist die Emilia Gatzke, die ist auch auf sie aufmerksam geworden durch den Film Das Wunder von Taipei. Und meinte... Ein Dokumentarfilm? Was? Ist das ein Dokumentarfilm? Oder ist das verfilmt? Ist ihr Leben verfilmt worden? Weil dann wäre sie wahrscheinlich berühmter, ne? Aber es ist ein Dokumentarfilm, oder? Das ist ein Dokumentarfilm, genau, produziert vom WDR und ja, die Geschichte vom SSG 09 Bergisch Gladbach wird da halt sozusagen präsentiert. Und die Vereinsmannschaft gewann 1981 für Deutschland ungeschlagen den Weltcup. Und genau, Anne Trabantabach wird hier als Beispiel, wird als Ausnahmesportlerin mit einer beispiellosen Karriere präsentiert und dargestellt und ist so eng mit der Emanzipation des Frauenfußballs in Deutschland verknüpft wie keine andere Person. Und das fand ich total spannend und hatte dann auch mehrere Artikel gleich gelesen, wie ist eigentlich so der Status quo beim Frauenfußball. Ich hatte auch irgendwann mal erzählt, dass ich im Februar oder März war ich auf einem Event Schieß-Mercedes, genau. Und da gab es nämlich auch vier Frauen auf dem Podium, die alle Goldmedaillen gewonnen haben in unterschiedlichen, wie sagt man denn, Sportarten. Einmal im Squash, einmal im Tennis, einmal im Schwimmen und ich glaube auch im Fußball. Ich bin auch, genau, ja. Und das war interessant, weil es war The Who is Who eingeladen von Boris Becker über, hast du nicht gesehen, waren alle präsent. Und toll fand ich, dass eigentlich einige sehr gespannt waren und auch es ging halt darum, dass Frauen halt immer noch nicht die gleichwertige finanzielle Unterstützung bekommen wie halt die Männer. Das beschreibt nämlich auch die Anne Trabantabach, dass die halt eine Aufwandsentschädigung bekommen haben oder wenn sie mal eine Meisterschaft gewonnen haben, dann haben sie mal einen Urlaub in Spanien spendiert bekommen. Aber die sind auch noch weit entfernt, auch heutzutage noch weit entfernt von dem, was halt der Männerfußball bietet. Und da gibt es halt in den Nachrichten auch immer diverse kontroverse Diskussionen, dass der Frauenfußball weniger populär ist als das männliche Pendant. Und das ist halt für viele das Ergebnis der Art und Weise, wie über ihn berichtet wird. Es wird halt viel eher, ja, Frauenfußball spielt medial eine geringere Rolle, weil weniger Menschen interessiert seien. Das ist halt meistens das Totschlagargument und viele betiteln das als naiv. Und wenn Frauenfußball von Natur aus eigentlich belanglos wäre, warum war es dann dem Deutschen Fußballbund eigentlich 1955 ein Anliegen, es zu verbieten? Damals, 1955, war die Begründung, O-Ton, dass diese Kampfsportart der Natur des Weibes im Wesentlichen fremd sei oder ist. Körper und Seele würden unweigerlich Schaden erleiden und das zur Schaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand, hieß es damals, 1955. Aber, wenn ich kurz unterbrechen darf, wir stoßen gerade mit dieser Diskussion oder auch mit diesem Thema. Es kommt ja gerade rechtzeitig zu der Klage der Frauenfußballmannschaft in den USA, die nämlich abgelehnt wurde, auf gleichberechtigte Bezahlung. Insofern, das war gerade jetzt am 2. Mai, insofern bitten wir noch einmal zu entschuldigen, dass Sophie Scholl warten musste, weil jetzt ist es gerade nochmal so heiß diskutiert. Ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2020 und offensichtlich, da werden jetzt weniger weiblich-männliche Eigenschaften so im Sinne des Körperlichen, dass das nicht geht, herangezogen, sondern vor allem auch vermutlich, was eine Aufmerksamkeit und die Größe des Verbandes angeht. Aber, entschuldige, das muss ich jetzt gerade nochmal sagen, weil das wirklich gerade erst rausgekommen ist, dass sie gescheitert sind mit ihrer Quage. Ja, und letztes Jahr gab es die achte Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich, 24 Mannschaften, ist auch schön, Mannschaften, M-A-N-N-Schaften. Und auch die Auswahl, vielleicht ist es auch nur ein Gag, den ich verstehe, aber egal, und auch die Auswahl des Deutschen Fußballbundes, treten dort im Kampf um den Weltmeistertitel an. Aber in der Medienlandschaft, oder Traten, war es halt im Gegensatz zum Medienfeuerwerk vor einer Weltmeisterschaft des Männerfußballs komplett ruhig. Ja. Ja, und das ist es halt, na klar, es ist nicht interessant, weil es aber auch überhaupt nicht gefördert wird, weil es auch nicht in den Fokus geschoben wird, sondern es wird halt immer, naja, es wird halt belächelt. Und was ich auch schön fand, 1955, warum 1955, weil das nämlich auch wichtig für die Einordnung von Anne Trabant-Habach ist, auch 1955 hieß es vom DFB, dass der Fußball eine gesundheitsschädigende Wirkung auf Frauen habe, denn die Gebärfähigkeit sei dadurch beeinträchtigt. Ja, krass. Das kann man sich mal vorstellen. Ich meine, okay, das ist in den 50er Jahren, ich meine, ne, 55, das ist, das ist, das ist ja fast unvorstellbar, ne, und im Nachhinein sind diese Begründungen natürlich, und du lachst ja zurecht, ne, völlig, völlig gaga und nicht nachvollziehbar, aber so war die Zeit damals, ne. Ja, aber es wurde, das Verbot ist ja bekanntlich nicht von langer Dauer gewesen, ne, ist, ähm, äh, das ist ja an den hervorragenden Leistungen der deutschen Fußballerinnen, ähm, ja, zu erkennen, zwei Weltmeister und ganze acht Europameistertitel, sowie einmal olympisches Gold und dreimal Bronze. Und, ähm, so fremd kann dann diese Sportart oder damals noch als Kampfsport betitelt offensichtlich dann auch nicht sein. Und, ähm, ja, ähm, in diesem Plädoyer, warte mal, wie heißt die gute Dame, die das geschrieben hat, ähm, Christina Fischer vom BNN, äh, eine BNN-Redakteurin, ähm, die sich da mit ihrem, ähm, Kollegen, ähm, Markus Pölking, ähm, ein gutes Wortgefecht liefert. Ja. Ähm, die plädiert halt ganz stark dafür, dass man, ähm, nicht mehr eine, eine Frau, die im Frauenfußball agiert, dem Hohn und Spott aussetzt, sondern, ähm, sich auch nochmal an die ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann erinnert. Ähm, ihre Stimme sei nämlich, ähm, unangenehm, das war eine der milderen Beleidigungen gewesen, ähm, als sie die, das WM-Spiel der Männer kommentierte. Ja. Ähm, und hier wird einfach was ganz Grundsätzliches, ähm, in Frage gestellt, ne, oder etwas ganz Grundsätzliches thematisiert, nämlich eine Frau, die ein Spiel der Männer-WM, äh, kommentiert, ähm, 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 und das Frauenfußball insgesamt unterrepräsentiert und, ähm, ähm, spöttisch, wenn nicht gar sexistisch abgehandelt wird, weil Männer das so wollen, behauptet sie, aber so, so weit entfernt, finde ich, ist sie gar nicht davon. Hm. Weil niemand würde, niemand würde es... Haben wir mit Lore auch über sie gesprochen? Hm? Haben wir mit Lore nicht auch über sie gesprochen? Dass die Frau einfach keine Chance hatte, ne? Also wenn, selbst wenn man sie unangenehm findet, wird es immer halt zurückzuführen, seid auf eine Frauenfeindlichkeit im Fußball. Das ist so argumentiert, ähm, ja. 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 Und übrigens, ähm, 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 im Ausland boomt der, der Frauenfußball regelrecht, ne? In Spanien, Italien werden Zuschauerrekorde im Frauenfußball aufgestellt. Das letztjährige Pokalfinale, also letztjährig ist dann, glaube ich, 2018. In England lockte über 45.000 Zuschauer ins Stadion. Ja. So, und, ähm, aber in Deutschland, ja. Ja, das ist übrigens auch so, ne? Die US-Frauen sind wesentlich erfolgreicher als ihre männlichen Kollegen und werden deutlich schlechter bezahlt, ne? Reisebedingungen und medizinische Versorgung und so. Und ich habe jetzt doch noch was gefunden in einem süddeutschen Artikel, bevor wir gleich wieder auf Anne Traber und Tabach kommen, weil wir reden sehr viel über Frauenfußball, was ja auch total wichtig ist. Mitte März war US-Fußballverbandchef Carlos Cordero nach umstrittenen Erklärungen in Gleichstellungsfragen zu Frauen zurückgetreten. Vor Gericht hatte nämlich die Verbandsseite in der juristischen Auseinandersetzung argumentiert, Achtung, dass Spielerinnen körperlich zu weniger in der Lage seien und auch weniger Verantwortung trügen als Spieler. Es ist unakzeptabel und unentschuldbar, hatte Cordero damals gesagt, die bisherige Vizepräsidentin Cindy Palo wurde zur Verbandschefin befördert. Also, äh, das ist jetzt gerade wirklich, ich bin schockiert. Und natürlich sind die Schülerinnen auch, ja, schockiert und enttäuscht, war so das, das meiste, was ich hier so quer gelesen habe, ähm, heute noch, ne? Du, 2018 wurde, ähm, Ada oder Ada Higerberg, ich glaube Ada dann wahrscheinlich, die gerade ein Ballon d'Or als beste Fußballerin der Welt gewonnen hatte, vom Moderator Martin Solvay gefragt, ob sie nicht ein bisschen... Das ist jetzt am Machen, sorry. Ja, erzähl weiter. Also nochmal, 2018 wurde Ada oder Ada Higerberg, die gerade den Ballon d'Or als beste Fußballerin der Welt gewonnen hatte, vom Moderator Martin Solvay gefragt, ob sie nicht ein bisschen mit ihrem Hintern wackeln könne. Aha, warum? Denunzierung. Einfach eine Reduktion der Frau auf ihre Körper, äh, auf ihren, auf ihren Körper. Nicht ihre Leistung stehen im Vordergrund, ja, nicht die, die Leistung stehen im Vordergrund, sondern der geile Arsch oder die, ich bin jetzt mal verbal, ähm, äh, ausfällig, der geile Arsch oder die dicken Titten so, ne? Das ist dann halt das, was Männer, äh, interessiert am Frauenfußball. Ja, nein. Zumindest im Moderator, das ist ungefähr, das zu pauschalisieren, das ist Quatsch. Ja, ja, klar. Es gibt auch mittlerweile viele, also ich, ich persönlich gucke auch sehr gern Männerfußball und weniger gerne Frauenfußball. Und habe mich dann auch mit männlichen Freunden unterhalten, die, ähm, so richtige Fußballfans sind und die aber anerkennend gesagt haben, dass gerade bei der letzten Fußball-WM das Niveau extrem gestiegen sei und man das wirklich, äh, gut und, und also von der Schnelligkeit her, das ist natürlich nicht ganz so schnell immer noch wie bei Männern. Was heißt natürlich, es ist so, ähm, äh, äh, dass trotzdem da die, das, äh, sehr, sehr gerne gucken und, ähm, ja, sozusagen anerkennt gesagt haben, dass das Niveau sei extrem gestiegen in den letzten Jahren, ähm, ähm, unabhängig jetzt von Brüsten und, und dicken Ärschen und was auch immer. Also, ähm, ja, also gut, ne, die Berichterstattung muss sich halt ein bisschen mehr Richtung Objektivität und Respekt wandeln und, ähm, ich glaube, dann, äh. Ja, bitte. Also, ähm. Ähm, die Tochter von einer Freundin von mir spielt in der HSV-Jugendmannschaft und, äh, meine, meine Freundin sagt halt immer, ja, gar nicht, aber gut. Nein, 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 nein. Ich weiß. Ähm, nicht desto trotz sagt sie halt, die schenken sich da nichts. Also, die Tochter kommt, äh, mit, mit, äh, geprellten Rippen manchmal nach Hause, mit so, die, die, ähm, die Rippen da richtig. Die Bolzen sozusagen richtig auf dem Platz und dass sie manchmal sagt, ich kann gar nicht hingucken. Mit vollem Körpereinsatz, das ist das natürlich, ne? Und, äh, offensichtlich, ähm, überleben die das auch, aber ich weiß nicht. Also, ich persönlich bin mit anderen Sportarten groß geworden. Für mich war Fußball nie was, ähm, aber, ähm, find's nach wie vor eine tolle Sportart zu gucken, der ganzen Machenschaften, die da im Hintergrund laufen. Aber erzähl nur mal ein bisschen von Anne. Genau. Also, Anne, Anne H. Bach wuchs in Emlichheim auf und, ähm, ja, hat sozusagen viel ihre Kindheit auf dem Bolzplatz, ähm, verbringt. Weil sie ja auch nicht in die Vereinsmannschaft der Jungen eintreten durften, wie wir ja gerade erfahren haben, hat der DFB, der Deutsche Fußballbund, äh, Frauenfußball ja nicht gestattet. Deshalb hat sie erst mal Handball gespielt, ähm, sich in Leichtathletik geübt oder hatte da, äh, ja, hat Leichtathletik gemacht und hat dann später in ihrer Heimatgemeinde die Frauenhandballabteilung, ähm, gegründet. Und, äh, 69 ist sie dann mit ihrem Studium an der Universität, ähm, Mainz, äh, gestartet. Und, ähm, es heißt, sie reagierte dann auf ein Werbeplakat in Mainz, äh, von Mainz 1817, ähm, lass mich kurz mitchecken. Genau, Mainzer Turnverein 1817, ähm, was, was, äh, ja, genau. Während du noch kurz guckst, der, der, der Hinweis, Handball ist übrigens auch ein brutaler Sport, ne? Also, das ist, das ist nochmal richtig körperbetont und auch echt hart und, und, ähm, ich finde jetzt auch nicht unbedingt, äh, äh, tanzen, ne, was eher so, so weiblich ist. Also, ich finde das auch schon wahnsinnig körperbetont und wahnsinnig kräftig und, und da sind, du musst auch einfach da dich körperlich gut durchsetzen können, ne? Ist nicht, ähm, ist auch kein Zuckerschlecken, so, ähm, ja. Aber zurück zum Werbeplakat. Äh, genau. Auf jeden Fall heißt es dann, ähm, sie habe sich zu einer herausragenden Technikerin entwickelt und, äh, gilt als eine der besten Spielerin ihrer Generation. Vom Mainz wechselte sie, wechselte sie dann zum TUS Wörstatt. Mit dem Verein gewann sie 1973 den Goldcup bei der ersten, noch inoffiziellen deutschen Meisterschaft und wurde 1974 auch erster offizieller deutscher Meister im Frauenfußball. Im Finale verschoss sie beim Endstand von 4 zu 0 ein Foul-Elfmeter. Äh, aber was hat es jetzt mit dem Werbeplakat? Also, was war mit dem Werbeplakat da nochmal? Na, da ging es dann um, äh, Eröffnung Frauenfußball 1969 offensichtlich. Also, das reime ich mir jetzt gerade zusammen. Ah, okay. Bitte nachlesen. Also, da sind wir jetzt so drüber hinweggegangen. 74 deutscher Meister im Frauenfußball. Wow. Genau, genau. Aber sie hat, äh, den Foul-Elfmeter verschossen. Welche Position? Ja, und trotzdem, das war, äh, Stürmer. Sie war Stürmer. Und aber auch, ähm, Trainerin. Also, sie hat sozusagen, sie sagte, das war mega anstrengend. Das war damals nämlich in Taipei gewesen, gegen, äh, Taipei, also Taiwan. Äh, aber Taipei ist ja die Hauptstadt von Taiwan. Äh, gegen Niederlande. Ja. 0 zu 4. Oder 4 zu 0 natürlich. Sie war Spielerin und Trainerin. Das heißt, sie hat halt gesagt, das war mega anstrengend, weil, ähm, sie hat halt klar mitgespielt, ähm, als Stürmerin. Und hat aber auch gleichzeitig trainiert. Sie hat zum Beispiel, genau. Aber andere trainiert. Ja, sie selber muss ja eh trainieren, aber sie hat auch noch darüber hinaus andere trainiert. Richtig? Richtig. Und sie hat zum Beispiel auch, das hatte ich gerade gelesen, das fand ich total spannend, ähm, eingeführt. Oh, das muss ich jetzt nochmal ganz schnell. Ah, ähm, würden Sie sagen, dass Sie mit dem SSG 09 Ihrer Zeit voraus waren? Äh, ach so. Genau. Ne, ich fange, äh, doch, doch, da fange ich jetzt an. Äh, dann, dann hat sie, das ist ein Interview mit, wem ist denn das hier? Deutscher Fußballbund. Mhm. Tatsache, ich weiß nur nicht von, ah, von 2014, ähm, ist das, glaube ich. Rekordmeister Anne Traban-Tabach, besessen vom Fußball. In 40 Jahren Frauenfußball in Deutschland war keine so erfolgreich wie sie. An nicht weniger als elf Meistertiteln war Anne Traban-Tabach, inzwischen 65, 2014 gewesen. Als Spielerin, Spielertrainerin oder Trainerin direkt beteiligt. Die erste Spielführerin einer deutschen Frauen-Nationalmannschaft 1982 beim 5 zu 1 in Koblenz gegen Schweiz. Holte sie mit dem TUS Wirrstadt 1974 und dem Bonner SC 1975 die ersten beiden Meisterschaften überhaupt. Und führte dann den nach wie vor aktuellen Rekordmeister SSG 09 Berge-Schlattbach zwischen 77 und 89 gleich neunmal auf den nationalen Fußballthron. Halleluja. Wahnsinn. Ja. Also als Spielerin und als Trainerin dreimal Meister und als Spielerin sechsmal Meister und DFB-Pokalsieger auch zweimal. Also und heute ist alles so ein bisschen in der Versenkung. Heute sind ja die großen Frauenfußballvereine sind ja, lass mich nicht lügen, Frankfurt und Potsdam, Turbine Potsdam. Das sind die großen, von denen man dann immer hört. Und ich glaube, Bayern ist da auch relativ groß. Und von dem SSG 09 Bergisch Gladbach, ich habe keine Ahnung, ich glaube, also da habe ich ewig nichts gehört. Aber ich beschäftige mich mit Frauenfußball auch, muss ich verstehen, nicht so viel. Ich beschäftige mich selber gar nicht mit Fußball, deswegen finde ich das aber auf der anderen Seite auch wieder total interessant. Wir hatten uns, glaube ich, bei unserer ersten Folge oder zweiten Folge mal darüber unterhalten. Ich glaube, das war auch mit zur Strada, dass ich halt meinte, naja, das Einzige, was mich bei Fußball interessiert, ist dann schon die Strategie so ein bisschen. Aber kann man auch irgendwie im Geschäftsgebaren lernen. Aber vielleicht muss ich, ja, möchte ich mich doch mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Zumal jetzt auch die Lütte von meiner Freundin, die Lütte. Die Lütte. Mit Doppel B, Lütte. Nein, Lütte. Lütte, genau. Wie auch gesagt, also da würde ich mich dann doch nochmal wieder für Fußball interessieren. Aber würde gut auch Fußball. Ja, als Kind, hast du nicht vorhin im Vorgespräch, hattest du doch auch gesagt, dass du mal Fußball spielen wolltest, oder? Als Kind. Du hast geboxt und du wolltest auch Fußball spielen, oder nicht? Nö, Fußball nicht. Nö, also ich habe Tischtennis gespielt. Tennis habe ich mal ausprobiert, fand ich aber irgendwie doof. Und Tischtennis ist immer noch eine gute Leidenschaft von mir. Und Boxen finde ich auch total spannend. Also ich gucke mir gerne Boxkämpfe an, weil ich natürlich selber mal drei Jahre geboxt habe. Ja, aber nie Amateurboxen. Das war immer so, unser Boxtrainer meinte dann auch so, Kim, wenn das mit der Schauspielerei nicht klappt, dann machen wir Amateurboxen. Und das Ganze hat sich dann aber schon erübrigt, weil ich war damals, ach, hochmutkonform Fall, total, keine Ahnung, also richtig, naja, nie diagnostiziert. Aber für mich im Nachhinein betrachtet schon ein ausgeprägtes ADHS. Der hat mir dann drei Leute hintereinander in den Ring reingeschickt. Ich hatte so viel Energie. Und der dritte hat mich dann aber, der hat mir dann die Nase so ein bisschen angeknackst. Und das fand ich doof. Das hat immer Spaß gemacht auszuteilen. Aber selber dann halt mit blau unterlaufenden Augen durch die Gegend zu laufen, fand ich dann doch kacke. Ja, verständlich. Ich bin so ganz anders sportlich groß geworden. Ich habe tatsächlich, obwohl ich eher so eine Pipi Langstrumpf, Ronja Räubertochter war, habe ich eher weibliche Sportarten betrieben. Also ich habe viel getanzt, Ballett, Standard, Latein, Tänze. Ich habe geturnt. Dann habe ich Klavier gespielt, was jetzt auch keine Sportart ist, aber zumindest ein bisschen musisch, so Richtung Musik und Tanz und so. Und jetzt mache ich auch eher Yoga, also eher friedliebende Sportarten. Ich bin aber trotzdem fasziniert auch von sehr körperbetonten Sportarten, gerade auch von Mannschaftssportarten, obwohl ich das nie so betrieben habe. Weil ich immer schön finde, auch immer noch im Fußball, auch bei den großen Vereinen, obwohl da jetzt so Machenschaften drumherum sind und eine Geldmacherei und die Fans so in den Hintergrund gerückt sind und die Spieler, vor allem die Männlichen, so große Stars geworden sind, finde ich es trotzdem schön, einfach weil es so ein Gemeinschaftserlebnis ist und es so riesengroß ist. Aber Tanzen ist doch letzten Endes, weil ich wollte eigentlich gerade wieder sagen, naja, erinnerst du dich an das Gespräch mit Lore, wo Lore gesagt hat, Männer gehen halt in den Verein und machen halt Mannschaftssport. Da lernen die automatisch, in Anführungsstrichen, schon verplay, Frauen halt nicht. Aber zum Beispiel Choreografien im Tanzen, also ich habe ja, ein Jahr war ich ja an der Stage School und da mussten wir ja auch gemeinschaftlich den Takt halten und gemeinschaftlich dann den Arm bei der Stelle hochheben und darauf achten, dass das Bild halt stimmt. Und das ist beim Tanzen doch letztlich, ich weiß nicht, was hast du für Tanzarten gemacht? Ich habe auch Formation getanzt, das meinst du, dass man einer Choreografie folgt, die alle gleichzeitig, also gerade geht ja auch beim Wasserballett, oder dass man zumindest im Gleichtakt alle dasselbe machen und dann dadurch auch ein Mannschaftsgefühl auftritt. Habe ich auch gemacht, hat auch total Spaß gemacht, aber da ist man ja trotzdem sehr, sehr erstmal auf seinen Partner konzentriert, und dass man da so eine Symbiose eingeht und so, aber ja, ist jetzt nicht so, als wäre ich kein Menschenfreund, also gar nicht. Aber ich bin, was die Sportarten angeht, weniger auf Synchronisation und mit anderen zusammen, sondern eher immer da so auf mich bezogen gewesen. Aber ich finde es trotzdem toll, also ich finde Mannschaftssportarten toll. Ja, naja, zurück zu Anne Trabanthaber. Ja. Also wir sind sozusagen nochmal bei diesem Plakat. Sie sagt halt, sie hat ihr Studium ja gemacht zur übrigens Diplom-Sportlehrerin in Mainz. Und da entstand dann der Kontakt zum TUS Wörstatt, der zu den besten Mannschaften in Deutschland gehörte. Und der Gewinn des Gold Cups 1973 war eine inoffizielle deutsche Meisterschaft. Und dann der erste richtige Meistertitel ein Jahr später waren halt der Lohn, weil sie wurde gefragt, ja Mensch, welche Erinnerungen haben sie eigentlich an die Anfänge im deutschen Frauenfußball? Und dann ist sie zum Bonner SC gewechselt, nachdem sie ihr Studium abgeschlossen hatte. Und dann hatte sie nämlich eine Anstellung als Sportlehrerin an einem Gymnasium in Ratingen. Und sie bekam in Bonn im Alter von 25 Jahren die Möglichkeit, als Spielertrainerin einzusteigen. Was auch, also da erfüllte sich halt ihr Wunsch. Und genau, weil die Entfernung dann zum Arbeitsort auf Dauer zu groß wurde, hat sie sich dann für den Wechsel nach zwei Jahren nach Bergeschlattbach entschieden. Und dann war sie im Rheinland unterwegs, mehr oder weniger. Oder sagen wir mal, Ratingen ist ja bei Düsseldorf, was ja auch noch Rheinland ist, streng genommen. Ja, und war da dann sowohl als auch. Also mit einer unglaublichen Willensstärke, wissen wir was, über ihre Familie ist da irgendwie. Sind da Brüder, die Fußball gespielt haben. Sie ist da einfach so reingerutscht. Das weiß ich leider tatsächlich nicht. Also es wird dann, fragt der DFB oder der Journalist des DFB oder der Interviewer jedenfalls, nach warum eigentlich der, der Verein in Bergeschlattbach so viele Jahre so überlegen war. Und da antwortet sie ganz interessant drauf, dass sie halt sagt, naja, es gab halt im Frauenfußball nicht so viele gut ausgebildete Trainer. Da war sie als Diplom-Sportlehrerin natürlich im Vorteil. Und sie hatten trotzdem auch für damalige Verhältnisse hervorragende Trainingsmöglichkeiten auf Rasen. Und die Spiele durften auch im Stadion ausgetragen werden und wurden auch vom Verein gut unterstützt. Dreimal pro Woche zu trainieren war normal eigentlich nicht üblich im Frauenfußball. Und es kamen bereits Spielebeobachtungen, Sitzungen, Gespräche mit den Spielerinnen dazu. Und das war für sie dann ein guter Überblick über den Frauenfußball in Deutschland. Und so konnte sie die ein oder andere gute Spielerin auch dann für den Verein gewinnen. Und natürlich wirkte der Erfolg dann auch anziehend und vielversprechende Talente kamen dann automatisch auch. Ja, und dann kommt diese prekäre Frage, wie wurde der Erfolg honoriert? Und das ist das, was ich eingangs auch schon erzählt habe. Ja, die Prämie für eine Meisterschaft war dann halt mal ein Urlaub in Südspanien oder eine Aufwandsentscheidigung, eine kleine oder halt Benzingeld. So, und der Verein hatte im Endeffekt Glück, dass die Spielerinnen so besessen waren vom Fußball, dass die halt wirklich keine Kosten und Mühen gescheut haben. Die haben dann wirklich echt alles in Kauf genommen. Sie hat dann aber auch gesagt, nach der Zeit war sie richtig ausgebrannt. Ja, man muss das schon wirklich lieben, glaube ich. Wenn der Ansporn wirklich die Liebe und Leidenschaft für diesen Sport ist, viel mehr als Prestige und viel Geld gewinnen. Ich will jetzt den Männern unterstellen, aber ich glaube, es ist schon, und das ist ja auch wahnsinnig harte Arbeit und Training und so. Aber ich glaube, dieses Glamour-Leben, das zieht auch schon viele an und ist auch ein Ansporn. Aber es ist ja kein Glamour-Leben, es ist ja halt einfach nur Erfolg. Nee, bei den Männern, nein, ich. Ach so, aha, jetzt verstehe ich. Und bei den Frauen, also vielfach wirklich dieses, wir wollen das, wir halten zusammen, wir sind eine Mannschaft und wir lieben diesen Sport und wir wollen das unbedingt. Also ich sage mal, da war der Ansporn, die Liebe zum Sport und weniger viel Geld und fünf Planungen. Ja, und auch, glaube ich, sich zu widersetzen. Also dass man halt sagt, ey, was ihr könnt, können wir auch. Aber wir sind nicht das minderbemittelte Geschlecht und das gebärfreundige Becken, wie ich es immer so gern nenne. Und lasst uns nicht darauf reduzieren, sondern wir sind genauso stark wie ihr. Naja, sie hat, dann wurde er halt auch, dann hat er gefragt, ja Mensch, sie haben ja gesagt, mit dem SSG 09, also Berger Stadtbach, sind sie ja ihrer Zeit voraus gewesen. Also ja, ne, und dann sagt sie ja, sind wir. Ich habe bei uns beispielsweise die Raumdeckung in der Abwehr eingeführt, als sie selbst in der Männerbundesliga noch ein Fremdwort war. Das war eine Menge Arbeit, bis die Spielerinnen das verinnerlicht hatten, aber es hat sich gelohnt. Also, jetzt kommst du. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was Raumdeckung ist. Das klingt auf jeden Fall sehr körperbetont und rander oder sozusagen, oder Raumdeckung? Nee, jetzt nicht. Nee, Raumdeckung. Ich google das nochmal ganz schnell parallel. Aber ich bin der Meinung, Raumdeckung ist dieses, dass ja keine Lücken entstehen, sondern dass eins zu eins Betreuung stattfindet, weißt du? Ja, also doch, dass man sich um, dass man den Raum deckt, indem man die einzelnen Personen, die einzelnen Spieler, die stürmen, an dem Eindringen in den Raum hindert. Also, dass man schon sehr, sehr dicht dran bleibt, dran kleben bleibt. An dem, dass man jetzt weniger, also eher auf die Person geht, als auf den Ball. Der Ball ist ja manchmal dazwischen drin. Aber gut, ich fand, man löst die, achso, heutzutage ist die Raumdeckung alles andere als chaotisch, mit fortschreitender Athletik, Spielintelligenz und insbesondere der Professionalisierung, löst die Manndeckung, löst sie die Manndeckung ab, weil die Spieler individuell in der Breite stärker wurden und sich im Kollektiv besser abstimmten. Dadurch sind die Schnittstellen enger und besser abzudecken, was die Anfälligkeit der Raumdeckung zwischen den horizontalen und besonders den vertikalen Linien abschwächt. In den späten 80ern wurde die Raumdeckung um eine weitere Komponente erweitert, nämlich die Raumverknappung. Dabei wurde das Spiel prinzipiell kompakter gehalten und mithilfe der Faktoren Zeit, Raum und den fußballspezifischen Regeln wie Abseits das effektiv bespielbare Spielfeld komprimiert. Dabei werden vier Referenzpunkte von Arigur Sakci genannt. Aha, sehr abstrakt, aber dann genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Also das ist nicht die Manndeckung. Genau, auch genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Ja, also innovativ war sie auch, Anne. Also wer dann wirklich diesen Sport liebt, der beschäftigt sich auch damit, wie man den effektiv gestalten kann, logischerweise. Ich sage, eine Offensichtlichkeit, aber ja. Ich habe jetzt hier irgendwo noch gelesen, dass sie gar nicht so lange als Trainerin noch gearbeitet hat. Da war sie in ihren 50ern. Da fangen ja für viele gerade erst so die richtigen Trainerzeiten an. Genau, 1991 hat sie aufgehört, weil sie auch ausgebrannt war. Sie sagt halt, weil er fragt auch total erstaunt, wie haben sie das denn alles unter einen Hut bekommen? Und dann sagst du, naja, um ganz ehrlich zu sein, in Verbindung mit meinem Hauptberuf war das schon ein sehr aufreibender Job. Als ich 1991 aufgehört habe, war ich deshalb auch erst mal ausgebrannt. Trotzdem war es eine wunderbare Zeit, ne? Zahlreiche Erfolgserlebnisse, für vieles entschädigt. Aber schon 1979 spielten wir in Berges-Gladbach gegen Bayern München vor 12.000 Zuschauern, gewannen 81 die WM in Taiwan und wiederholt diesen Erfolg 1984. Das waren einfach unvergessliche Erlebnisse. Und die haben sie halt immer angesprochen, weiterzumachen und weiterzumachen und weiterzumachen. Aber irgendwann, ja, kann es einfach nicht mehr, ne? Irgendwann ist es gut, ne? Hat sie keine? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe ja sehr lange als Trainerin gearbeitet. Ich meine, als Profisportlerin kann man ja sowieso in der Schwangerschaft eher weniger den Sport noch weiter betreiben, als Leistungssportler. Aber das sieht so nach einer lückenlosen Karriere aus. Und dann war sie ja dann Trainerin noch und sieht jetzt eher weniger danach aus, als hätte sie. Also sie hat, ihr Leben war, ihr, 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 der Sport, ne? Oder der Fußball. Ja. Verheiratet war sie offensichtlich. Oder ist noch. War sie. Ja, genau. Also sie, was ich auch schön finde, ist, dass sie halt nochmal ihre Kolleginnen lobt, ne? Die halt sagt, Erika Neuenfeld war zuvor Handball-Nationalspielerin gewesen. Die war halt so der Beckenbauer-Typ im Team. Bessina Krog hielt die Mannschaft als Spielführerin zusammen. Doris Kresimohn, die aus Duisburg zu uns gekommen war, erzielte oft die entscheidenden Tore. Und sie sagt auch nochmal, es wäre ungerecht, unsere Erfolge an einzelnen Personen festzumachen. Teamwork hat eben funktioniert. Ja. Und ich finde, das lässt sich halt auch viel im Sport abzeichnen, im Mannschaftssport, ne? Wenn das Team nicht gut funktioniert, kannst du, also dann ist es ja auch häufig eine erfolglose Mannschaft. Und klar, du hast natürlich im Männerfußball auch immer wieder diese, und so sind die ja gebrieft, wenn die mit der Presse sprechen, den Teamgeist gerade in den großen Turnieren dann hervorzuheben. Aber du hast im Männerfußball nochmal viel mehr diese Einzelstars, wie Messi, Ronaldo, die da so hervorstechen und die gefeiert werden. Manchmal das selber wollen, manchmal nicht. So ein Messi ist ja eher zurückgenommen, aber trotzdem, da ist ja mehr Einzelstars, die da im Vordergrund stehen. Und das ist im Frauenfußball bisweilen auch so, so eine Hope Solo oder auch, ach, wie heißt der noch, diese sehr coole Amerikanerin. Auch die Amerikanerinnen sind halt auch total, haben halt auch diese schillernden Stars im Frauenfußball. Ah, mir fällt das jetzt gerade nicht ein. Rapinoe oder wie die heißt? Genau. Aber in Deutschland haben wir das ja auch, so eine Nia Künzer oder auch eine Steffi Johnson oder die Weltfußballerin des Jahres, die im Tor stand, Nadine, ach, ich habe ihren Nachnamen vergessen. Ja, dass dann immer so Einzelpersonen, die sich auch selber gut verkaufen können und die lächeln und nahbar sind und welche, die da eher schüchtern sind und sich zurücknehmen. Aber ja, ich glaube, es ist einfach der Wunsch nach Heldinnen oder Helden. Total. In einem Einzelsport, in einem Einzelsport, ja. Also sie sagt auch über die Entwicklung des Frauenfußballs, dass, wie Anne Trabant-Harbach, dass es fantastisch ist, was sich in den vergangenen Jahren getan hat, dass riesige Fortschritte gemacht wurden, auch der DFB wachsende Unterstützung gibt und auch viel von Männerfußball übernommen werden konnte. Inzwischen ja auch zahlreiche Stützpunkte wie Fußballschulen, Junioren in Bundesligen und Nationalmannschaften hervorragende Strukturen und Bedingungen für den Nachwuchs und die Elite geschaffen haben. Sportlich, auch wirtschaftlich und im Medienbereich ist der Frauenfußball jetzt auch inzwischen besser aufgestellt. Und sie bedankt sich halt auch sehr an die DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg, die einen riesigen Anteil daran hat. Und sie war beispielsweise 2011 beim Eröffnungsspiel der WM in Deutschland gegen Kanada in Berlin dabei, wo sie gemeinsam mit 70.000 Zuschauern zugeguckt hat. Und sie sagt halt, da standen mir Tränen in den Augen. Da ging mir regelrecht das Herz auf. Die breite Anerkennung in all den Jahren, dieses Kämpfen, ich glaube, die hat ja aufgehört, nicht weil sie diesen Sport nicht geliebt hat, im Gegenteil, sondern weil sie ihn zu sehr geliebt hat. Und dann auch immer dieser Kampf gegen Vorurteile von außen und das dann so zu sehen, ich glaube, das ist schon ein sehr besonderer Moment. Und ja, wow, guck mal, jetzt haben wir doch recht lange über Sie und den Frauenfußball gesprochen. Ich fand, das ist so eine Männerdomäne ja, das ist so der Klassik. Wenn etwas männlich ist, dann ja wohl der Fußball, nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt. Und dann gibt es natürlich ein paar Länder, die da herausstechen und besonders erfolgreiche Frauenfußballmannschaften haben, wie die USA zum Beispiel. Aber generell ist es ja nach wie vor so, dass man oder auch Homosexualität im Fußball, sowohl im Männerfußball als auch im Frauenfußball, dass das nach wie vor nicht thematisiert wird, außer im Frauenfußball, dass dann eher mal gesagt wird, die hat eine Frau als Ehefrau, dass da Spielerinnen eher lesbisch sind. Ich weiß jetzt, ich kenne jetzt die Statistiken nicht, aber es wird trotzdem eher weniger thematisiert. Und im Männerfußball ist es ja nach wie vor ein No-Go, dass man als Mann schwul ist, als Fußballer. Das geht ja heute auch im Jahr 2020 immer noch nicht. Insofern wichtiges Thema auch vor allem über... Ich muss ganz kurz einlenken. Du hast mich ja gefragt, woher diese Fußballleidenschaft kommt. Der Vater spielte in der höchsten Amateurklasse. Ah, okay. Und der Uwe Seeler war übrigens Annes Idol. Ja. Genau, und dann ist in Emlichheim ist man Fußballfan, heißt es. Und Uwe Seeler, wenn der auf den Rasen läuft, versammeln sich die Nachbarn vor dem einzigen Fernsehgerät des Dorfes. Der Mittelstürmer ist nämlich Annes Idol. Und dann hat sie sich damals geschworen, ich werde einmal in einer Frauennationalmannschaft spielen, sagte sie als Kind. Träumerei, sagte die Mutter. Toll, guck mal. Das ist noch so eine Anlegote zum Ende. Das ist so, das werde ich. Diese Zielstrebigkeit zu haben und dann, ja, geil. Der Typ ist cool. In dem Fall ist jetzt das Vorbild ein Mann gewesen. Aber egal, ne? Und sie war das einzige Mädchen in Emlichheim, die Fußball gespielt hat. Na, guck mal. Ich weiß nicht, wie groß der Ort ist, aber es ist ja trotzdem schon mal eine karte Statistik. Liebe Kim, vielen Dank für den Einblick in die Fußballwelt, in die Frauenfußballwelt, aber auch in die Fußballwelt allgemein. Ähm, super. Vielen Dank auch an, wer hat dich noch mal vorgeschlagen? Jetzt erwischte mich wieder kalt. Das gucke ich schnell. Emilia Gatzke über Instagram. Und zwar war der Text, neun, ihr Lieben, in meiner Quarantäne bin ich auf euren Podcast gestoßen. Seitdem am Durchhören, die Frauen, die ihr vorstellt, sind wirklich beeindruckend. Und ich liebe die Art, wie ihr sie vorstellt. Voll schön. Vielen Dank, Emilia. Jetzt kam mir eine Frau in den Sinn, die ich aus dem Film Das Wunder von Taipei kenne. Und da dachte ich mir, Mensch, die passt doch super in den Podcast. Ich meine, Anne Trabant-Harbach, eine Fußballspielerin und Trainerin und eine wirklich beeindruckende Frau. Vielleicht könnt ihr sie ja mal auf die Liste setzen. Liebe Grüße und bleibt gesund, Emilia. Hiermit erledigt, liebe Emilia. Ja. Voll gut. Wir hoffen, dass wir sie einigermaßen gut vorgestellt haben. Und ja, krasses Vorbild, eine sehr, sehr starke Frau. Auch gerade, wenn man weiß, dass Frauenfußball nicht erlaubt ist. Auch an der Uni wollte sie in den Fußballkursen teilnehmen, durfte nicht rein, weil sie eine Frau war. Falsches Geschlecht. Und dann aber trotzdem einfach den Weg zu gehen und zu sagen, ne, das ist auch meine Leidenschaft und ich lasse mir das nicht verbieten, nur weil ich das falsche Geschlecht habe. Cool. Das falsche Geschlecht für, ne, das ist, dass man, ne, das ist, glaube ich, immer noch so im Kopf. Wir Frauen sind immer, wie hat, wie hat Lore das so genannt? Ersatzspieler, ne, Ersatzmannschaft. Wir müssen immer ran, wenn die Männer gerade nicht da sind aus dem Krieg oder in den Krieg sind oder so. Und dann, wir müssen die Trümmer wegmachen. Und wir, also, wir wollen aber auch nicht Opfer sein, so, ne. Das ist dann auch immer so eine Sache. Aber das nächste Mal stelle ich dir eine Frau vor, die auch ein nicht besonders großes Selbstbewusstsein hatte und durch einen Umstand dann an die Spitze eines der erfolgreichsten Medien in den USA gelangt ist, auch eine wahnsinnig beeindruckende Geschichte hat. beeindruckend ist, glaube ich, mit so das häufigste Adjektiv, was wir benutzen in diesem Podcast. Aber Catherine Graham, Chefin von The Washington Post, ist da, also, da werden wir dann über Journalistinnen mal reden, auch in einer Zeit, in der das nicht so selbstverständlich war. Catherine Graham ist leider nicht mehr unter uns, aber ist relativ alt geworden und hat, wie gesagt, eine ganz tolle, beeindruckende Geschichte, die ich dir und euch das nächste Mal erzähle. Nice, cool, ich freue mich. Ich mich auch. Dann, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Genau, bleibt gesund und auf bald, liebe Kim. Mal wieder persönlich irgendwann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.